ha ein stein ergibt fünf wurfstein das macht sind okay die wurfstein macht kleiner an fünf wie so groß ja das kann ich mir nicht erklären ja mathematisch gesehen macht es auch gar keinen sinn als andere also wenn ich mit mich ist es macht die männer matthemen schlechthin ich kann genau nichts ja neue tage neues abend finde ich aber auch so jetzt muss ich wieder zurück rennen ausdauer zu niedrig ja heute meint mein fresse normal ist ja auch nichts dafür dass du die ausdauer nicht hast schmiede was hat er jetzt wieder kein material für holzhammer stocks fehlen ja ich hol mir selbst also aus der umwelt das hat schon was ist hier noch ein bisschen naja kann ich überhaupt okay ich kann ja nicht reparieren naja toll im grabungsschuppen der steine hier kommen 67 das wird auch unsere mieten so gesehen also unsere steuern so einfach bezahlen kostet mich doch dann 600 das ist das früher ging das gar nicht ja ich bin ein bisschen durch die gegend gerannt habe leute niedergeschlachtet und geplündert ich habe gesetzlose gesetzlose zu voll zu rechenschaft gezogen so ganz schön so manchmal auch was im kopf eventuell wenn es gut kommt 99 90,9 prozent heiße luft da ist immerhin auch was also da wurde platz offenbar gut vergeben ich weiß schon warum der so viel fleisch frisst weil so viel wie ich renne mit dem typen also und dass der noch nicht wie hulk aussieht oh nein jetzt habe ich aus versehen die physische tasse wann spawnen dann oder die steine neu wenn überhaupt jede jahreszeit intelligent komisch aber intelligent also macht doch irgendwie sind ja also ist es wirklich irgendwie dann trotzdem ganz komisch dass man deine wieder neues bauen dabei sind ja nur diese steine das sind ja was ich habe ein hecht gefunden eine angestellte angestellten habe ich die gefunden okay ich komme zurück ich glaube ich bin ein bisschen zu weit entfernt 60 müsste noch nicht reichen nein 877 haben wir jetzt ja noch eine aufgenommen habe ich die quests abgeschlossen elf mal verdorbenes bringen gut hat mich der wolf im schluss nicht gesehen ich kann ja dann laufe ich halt durchs wasser wie jesus hey wer von euch dullis hat dünger was man trinkt nicht aber wer hat hier dünger hallo i need dünger kann man nicht kraften also hier braucht man irgendwas da braucht man irgendein haus oder so dass man kraften kann oder muss man die wörter herausfahren aus dem gesicht wo finde ich denn jetzt dünger ich würde mal sagen in zehn minuten machen wir dann aus ne wo gibt es hier einen dulli der mir dünger andrehen kann hallo ich kann scheißen gut ist auch dünner also gut menschendünger ich glaube es wäre nicht so gut ist man kräuter uli fleisch fressende fäkalien also dünger wo finde ich händler nutztiere ich will hühner ich habe es rausgefallen hallo da fegt aber auch ziemlich gut ich kann das mal als screenshot mal kurz aber kurz kann ich das überhaupt hier so warum macht man das ist auch ganz lustig der kollege hier hallo wohin willst du eigentlich sag mal kollege ne tschüssikowski das war es dann ne also genieß dein leben tschüss naja ich schau mal in meinen stream kurz nur mal kurz für ein paar sekunden ich glaube ein mitarbeiter verabschiedet sich gleich grad von uns was hast du es gemacht ja 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 screenshot übrigens auch gemacht das geht übrigens auch bei bei stream weg ne falls du das noch nicht gemacht hast oder ein shortcut gesetzt hast du kannst auch ein screenshot machen dann fällt es vielleicht auch gleich einfach mit dem top mails also nur so am rande das ist schon der hinweis wo zum hänker krieg ich dünner hallo ich war doch auch schon hier für dünger ist der eine dollige storbene gibt es keinen dünner gibt es keinen mehr der dünger verkauft ich weiß halt nicht nur ich war ich bin aktuell ich bin nur am bauen also wirklich bin glaube ich ich habe ansonsten nichts zu tun also nicht so nichts mit dem sind nicht mal aber andere ich mache nichts anderes ich habe die billigste variante um dünner an dünger zu kommen dafür muss frühlinge sein okay was wirklich frühling ein sommer sein weißt du was ich hatte mal ja ich kann auch einfach unreife bären nehmen diese in den komposter schmeißen wir haben komposter ja okay genau das mache ich ich fahre mir jetzt unreife bären aber warum habt ihr keinen einzigen händler mehr für was ist das was macht das für eine logik es gibt keinen mehr die ich kann sie leider nicht mitteilen ich jetzt noch gleich 20 oder so gehen finde ich unreife bären wenn wenn im inventar ich glaube bei uns über den fluss eventuell du meinst da wo die wies sind und wölfe sind ja genau sehr gut hier ehrt ein dorfbewohner rum hat sich wohl verirrt bauarbeiterin buchwalder die geht die geht hier spazieren was ist da los arbeiten hier zu leben ist sicher besser als auf der strasse aber nicht viel besser warum arbeitest du nicht hallo ach so jemand will was stimmt die rente einfach rum und arbeiten ich habe gesehen links oben ist ein zeichen also jemand will wahrscheinlich irgendwas ja die schmiede ich der bergarbeiter oder die bergarbeiterin faules pack mhm so unreife bären sammeln die dann zu dünger arbeiten gut jetzt können wir kein kein flachs naja egal eigentlich nicht egal ich brauche 70 rote beete woher naja die quest rennt ja nicht weg zum glück schon doof wenn wir wissen woher sich beziehungsweise wohin damit ein mittelalter list der richtiges marketing das würde uns 300 reputation bringen was marketing ja es gibt im mittelalter marketing also okay ach der hammer ist kaputt gegangen ja toll holzstammel ok ich hab das einzige was ich wirklich aktiv immer bauen muss ist der holzhammer ja 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 du mit dem kupferhammer wird es dann einfacher gehen ne finde ich auch grundsätzlich eigentlich super das war das so ja das war bauen kann ja wir haben schon noch ein paar logischer ich glaube ja noch die mehrheit ist ja immer noch solche quatsch im material aus flechtwand ne aus strecken aus stöcke aber ich glaube wenn mich dann nach und nach alles mit steine upgraden werde es doch ein bisschen anders aussehen was sie ja jetzt schon also unser dorf wächst und jetzt dann müssen wir es nur noch irgendwann mal dekorieren wenn wir genug kohle haben aber ich finde wenn wir damit stein und holzdach haben also siehst du meinst 1 1 besser aus ich würde zuerst die die wohnhäuser natürlich upgraden und irgendwann ja wenn man zeit auch die anderen also ich weiß weiß nicht ob das funktioniert jetzt also die anderen häuser kann man nicht abbilden richtig der holzschoppen gar nicht oder was doch der holz doch doch da aber du kannst das bringt uns nicht sagt ja ja ich weiß schon was du mal endlich der winter ist vorbei war in kittler aber ist auch vorbei jetzt habe ich die bären ich glaube 40 bretter sind okay oder ja jetzt habe ich sie jetzt auch schon kurz 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 Untertitelung des ZDF, 2020